Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, es ist genau das, wonach ich gesucht habe. Der Rucksack ist nicht zu groß und auch nicht zu klein. Schulsachen und Kleinigkeiten passen perfekt rein. Bin sehr zufrieden, da ich sogar gedacht hätte, dass da kaum was reinpasst. Aber es sieht gut aus, die Schnallen und der Stoff qualitativ top für den Preis. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.